Gerda Lewis, 31, ist wieder Single. Seit über einem Jahr war die einstige Germany's Next Top Model Bekanntheit mit Yannick Kont alles zusammen. Nun gibt sie auf Instagram die Trennung bekannt. Ich bin nicht mehr mit Yannick zusammen. Es kommt für manche vielleicht überraschend, für andere vielleicht auch weniger, schreibt die Influencerin in ihrer Story. Die Trennung war wohl nicht einfach. Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten. Den genauen Grund für das Liebesaus gibt Gerda nicht zu, aber sie führt dennoch weitere Details aus. Es gibt allerdings Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Ich habe meine Werte und Prinzipien und diesen bleibe ich treu, erklärt die einstige Bachelorette. Die Trennung sei außerdem nicht aus dem Affekt entschieden worden, sondern nach reiflicher Überlegung sei das der richtige Schritt für sie. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Im August vergangenen Jahres waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass zwischen Gerda und dem Make-Love-Fake-Love-Kandidaten etwas läuft. Nach langer Geheimniskrämerei machten die TV-Stars dann wenige Monate später ihre Beziehung offiziell. Seitdem teilten sie reichlich Pärchenbilder im Netz. Schon vor einigen Wochen bemerkten Fans aber, dass es bei den beiden zu kriseln scheint. Vielen Dank.